willkommen auf einem kanal ich möchte dir heute hier diesen fastruck 83 30 hier vorstellen ich finde er sieht schon mal erst mal sehr schick aus hier ob man sie anschaut es ist eigentlich eher sagen wir so standard aber wir können hier ein bisschen was hier verändern als wie das original natürlich der kostet hier 292.000 sowie jetzt da steht und leasing hier 14.000 892 90 kammer so schnell also das schon mal ein unterschied weil der standard gibt irgendwas glaube ich bei die 70 kam auf der hätte jetzt 90 am hart auf 60 liter 600 liter kalt stofftank und 306 ps entsprechend 225 kw das ist ein traktor natürlich für leute die was ist ein bisschen eilig haben natürlich ja was können wir hier machen wir haben hier felgen farbe haben wir hier dieses also dunkle orange wie man sehen für 100 euro oder hier grau für 0 euro oder hier wie man sehen hier so schwarz sieht auch geil aus dann haben wir die hauptfarbe haben wir hier zwischen den orange wie man sehen 1000 euro und hier schwarz für 4000 euro also haben wir hier ein black beauty wie man sehen ja ich mache mal die frei den mal komplett mal hier wie in der farbe wir müssen gewohnt sind dass es natürlich ein bisschen schicker ausschaut ich würde ihn eher so kaufen jeder hat seine eigene meinung aber ich sag mal so mir gefällt er so optisch her natürlich so er besser ja reifen hersteller mit rennenburg dafür sind schon allein 2000 euro für die standard reifen zu lönen ja dann haben wir hier 600 strich 710 für 2900 und dann hier für 5000 haben wir die breit reifen nochmal zurück dass man ein bisschen den unterschied natürlich sehen so dann haben wir hier also für 5000 euro die 710 900 übersehen sind die noch ein bisschen breiter als wir die breit reifen und dann sind wir wieder standard dann haben wir hier also die nokia die kommunale reifen für 1000 euro dann haben wir hier die michelin reifen für 2900 euro dann hier die breit reifen für 8000 euro und wir standard und dann sind wir hier wieder hier wie man sehen beim mit das angelangt für 2000 euro die standard reifen reifen für 2000 euro oder wieder standard ja was nehmen wir dann mal her wir nehmen mal die michelin die breit reifen dass wir was sehen der motor variant da haben wir den 82 90 von fast track und als wir haben hier für 5.500 euro hier den hightech speed einmal hier geschrieben ja da mal 306 ps entsprechend 225 kw ist eigentlich gleich schnell wie man sehen ja ich weiß nicht was da eigentlich hightech speed sein soll weil beide sind hier mit 90 kmh also ich hoffe jetzt einmal hier den hightech speed und dann mal haben wir denn hier der hat sogar mehr ps interessant ich weiß nicht das ist ein fehler oder was hier der mal den 83 30 mit 348 ps entsprechend 325 kw dann machen wir hier mal einen anderen reifenhersteller natürlich mal drauf dass man hier ein bisschen die farbe das so her bisschen auseinanderhalten können kaufen den mal so was da der unterschied natürlich ist dann haben wir hier eigentlich okay wir haben hier also 412 ps hammer hier und 303 kw hammer also power und dann haben wir hier also power plus hightech speed keine ahnung was jetzt da ist machen wir gleich das ganze nochmal in schwarz das ganze dass man bis vielleicht müssen unterschied sehen ich glaube es kaum aber wer weiß also ls ist ein phänomen für sich haben wir jetzt ein dreimal natürlich gekauft und da müssen wir uns natürlich mal ein bisschen rein tasten dass man hier den normalen klingt schon mal von sound her nicht schlecht als wir einschalten 90 km h soll ja schnell sein wir fahren jetzt schon mal hier ein bisschen greiß bei die 15 ja 70 km haben wir drauf ich habe irgendwas übersehen glaube ich ich habe ein post oder was hat man woanders mal hingeschaut da 70 km haben wir drauf also er beschleunigt schon mal besser als in mancher pkw den ich hier auf der stelle getestet habe 80 km haben wir auch da haben wir unsere quitsche runde und um nicht das schon genau so wir haben 88 km haben hammer drauf auf ich glaube der fährt jetzt schneller aus wie 88 wir fahren jetzt gerade hier mal also auf der ebene am weg bremsen tut er schon mal gut es ist eine rückgur das ist jedenfalls einer der tier alle andere lenkung wie wir sehen wir natürlich auch gleich nachher schauen ob der hat eine andere lenk variante spiegeleine wie wir sehen funktionieren hier hängt gerade auch gaspedal funktioniert auch leider wie man sehen sollstet hier funktioniert leider hier nicht die element der hier seitlich auch nicht wir haben hier drin eine dynamische kamera wie man sehen display das wird hier auch angezeigt blinker symbol nein ja leider wie man sehen fehl am platz jetzt haben wir immer noch hier steht auf neutral obwohl ich jetzt hier nochmal fahre gehen wir ein bisschen gummi vom hinteren her ist es natürlich schön aus die ansicht zu sehen wie hier alles so dynamisch ist so her dass die konsole an der seite her kamera könnte natürlich ein bisschen natürlich mit wackeln da würde man sich ein bisschen mehr freuen wir fahren gleich unser testgelände die linke tut jetzt wo gerade mal nicht weil ich möchte gerade hier mal natürlich das ja anschauen sind wir hier achse leider nicht so flexibel wie ich mir gedacht habe ein bisschen aber nicht viel könnte ein bisschen mehr sein weil es ja ein großer 3k aber wir mal sehen erst schon relativ schmutzig geworden was spaß da natürlich ist gut funktioniert funktioniert maschana gruppe drin schlammisch wird schon ein bisschen rum wird natürlich noch ein bisschen schmutziger als wie sonst ist so stellen wir einfach mal hier und auf die seite dann schauen uns natürlich anderen an weil der hat ja irgendwie wie ein bisschen mehr speed der ist aber ein 83 30 wie man hier sehen großen her fällt mir nichts viel auf hier bei den führeraus steht es drauf so testen wir hier mit denen hier natürlich unsere kupplungen sehen wir jetzt hier die kaufel kinden funksität los finde natürlich sieht auch schon mal sehr interessant aus von außen sehen wir hier die hand hier an den knüppel dran aber leider hier ohne weitere animation hier passt genauso ja mal vorne auch noch natürlich eine koppelung hier wie man sehen führen mit schaden anders aktionär das ist mit schaden ist so zu ich sag immer so ein zug maul schon mal jetzt mal hier anschlüsse hatte hier vorne hier unten her sehen wir jetzt sind hier dran habe jetzt hier aber sie keine anschlüsse da auf der anderen seite wie gesagt es ist ein phänomen für sich 15er waren hier die richtung anders da von der sehmaschine als wie ich fahren bin jetzt haben wir hier die auf der linken seite auf der rechten seite sehen wir hier die anschlüsse weil auf der linken seite Anschlüsse hat auf beiden seiten anschlüsse komisch aber wie man sehen haben funktioniert ein bisschen irritiert vielleicht hat er es doppelt drauf gemacht wer weiß aber es ist jetzt egal habt ihr das funktioniert wir schauen uns dann natürlich dann die locken an das ist das wichtigste natürlich dass die lockt sauber ist andere fühlen sich irgendwie bedroht dadurch dass ich die lockt zeige habe ich auch schon schreiben ich habe ich mir auch natürlich von diesen kommentaren oder gemacht irgendwann mal vielleicht werde ich ja mal zeigen da ist einer da hat da haben wir zu öffentlich da hat sich irgendwie bedroht gefühlt weil ich die lockt gezeigt habe so wie wir sehen hier ist alles der variiert von der höhe gefällt mir ganz gut muss ich dazu sagen jetzt machen wir natürlich hier unseren lichttest bei denen haben wir jetzt eine geschwindigkeit von 65 km eingetragen wenn man natürlich an auch testen erstmal unser licht fest weil meiner meinnach dürfte es gleich bleiben also jetzt der blinker wir haben hier anscheinend am boden das wird jetzt schon mal immer sehen und hinten dann haben wir jetzt nur mit 5 vorne nun mit 6 hinten jetzt kommt normales f dran einmal wenn man jetzt nur vorne ja wenn man sie ein bisschen den schein jetzt mit die zusatzsteinwaffer hinten jetzt mit die zusatzsteinwaffer hinten 1 2 3 jetzt hier sieht schon mal schick aus natürlich rundum leuchtet dafür auch nicht fehlen dann schauen wir jetzt hier interin natürlich um leider sind wir jetzt hier drin vom blinker keine animation ich habe jetzt hier den eingeschalten ich will mal sehen irgendwie man hört zwar das klicken ein bisschen von dem relay aber der rest irgendwie fehlt da natürlich so da ja funktioniert schauen wir nochmal genau hin so das ist irgendwie jemand aus das original modell ist wir gehen mal ein bisschen gummi fahren mal hinten herum und schauen mal her wie schnell wir werden aber falls der baum nicht knutscht muss ich dazu auch noch sagen der mag mich sehr so nochmal auf ein neues das sind hier 65 eingetragen da hat man ein paar sachen vergessen im shop hinzuzufügen wenn man jetzt diese variante wählt es stand ja immer dann 90 kmh wir haben jetzt 60 eingetragen und in 65 fahren wir auch wie es eingetragen ist mit der 65 ja also konnten wir doch hier gerade so hier die kurve kriegen damit ist es ja auch mein fehler jetzt gewesen dass ich jetzt so schnell am weg war hier vorne ist irgendwie der raufweg natürlich ja jedenfalls der pastrack so her gefällt mir relativ gut die lok schauen wir uns natürlich jetzt da auch an der schmutzig ist auch relativ schon geworden cool wäre es natürlich wenn man hier natürlich die Türen öffnen könnte aber wie gesagt das bleibt ja natürlich denen überlassen der den mod hier umgebaut hat ein bisschen und das gemacht hat jetzt haben wir hier den wie wir sehen hier mit den 90 kmh wieder ich finde in schwarz sieht er auch geil aus er hat also nicht so was besonderes mehr drauf wie wir sehen hat er hier die Mietersbereifung drauf wäre ja so wäre nicht ja wenn dir das Video natürlich gefallen hat würde ich mich freuen wie du reinschaust hiermit sage ich natürlich Servus Ich greisse euch Euer Franz was